Moin Leute, was geht? Heute mal wieder nach langen Zeit einem neuen Video. Heute ist es Samstag, wir haben gerade morgen, ich glaube irgendwie 11 Uhr oder so, ich weiß nicht, ich bin gerade aus der Dusche fertig und wir haben heute vor, einmal nach Abashiri ein bisschen Tagesausflug zu machen und heute Abend gehe ich auch noch in ein Internetcafé, da wollte ich euch auch noch mit hinnehmen, also ja, seid gespannt und let's go! Musik Hier, wie ihr sehen könnt, sind unsere Sholongbo, wir waren gerade extra nochmal, haben nochmal hier einen kurzen Boxstopp gemacht bei einem ganz bekannten Laden für die, das sind, da ist so ein außen so ganz weiches Brot und innen ist Schweinefleisch, dann haben wir hier noch frittiertes Hühnchen, chinesische Sholongbo, die können wir jetzt nicht so gut sehen, die sind darunter hier mit Sojasauce, die sind auch richtig geil und dann habe ich hier noch einen Matcha-Milkshake gekauft und perfekt! epy heiß, heiß heiss heiß, heiß Boah, ich mach dich attraust ski Beide lege ru sehr viel Fleisch drin, mega geil Claro Punkte 棒 uuuu Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.